So, wir sind wieder bei Witch Dogs, ja, es geht weiter mit Cash Run, so, da, hier, da, hier ist Cash Run, ist irgendwie lustig und komisch gleichzeitig, ja, ich kann nicht so vieles rumballern, so, so, Ich verstehe. Das war's für heute. Ich kann für nichts garantieren, fahren Sie rechts ran. Das schaffe ich mir. So, hier, rechts, fahr, 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 weiter, 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 so, dass ich nicht zu viel geredet habe, ich muss mich kurz konzentrieren. Das war auch mal was. Jetzt müssen wir wieder zu Cash-On fahren. Hier rauf, jetzt fahr. Hier rauf. Nein, 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 nein. Das schaffen wir nicht mehr. Wir werden nochmal verfolgt. Wir haben ihn im Auge. Ja. Ne, ne, ne. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Ah, absurd. Wir haben einen Motorrad. Nehmen wir das. Ich glaube, somit kommen wir am schnellsten dahin. Ja, was war das denn? Das war ziemlich scheiße. Ja. So. Und los. Warum fliegt er runter, wenn er auf... Warum fliegt er runter, wenn er gegen eine Mülltonne fährt? So. Hier. Dann gehen wir da oben nach rechts. Der macht einen Willi nach vorne. Okay. Speziell. Hier lang. Und dann können wir da vorne links gehen. Der macht gerne Sturzflüge. Rate ich mal. So. Dann so. Dann so. Dann so. Jetzt sind wir gleich im Ziel. Das ist mein Tourist nicht mehr zu gebrauchen. So. So. Wie geht's Ihnen? Wenn Sie was wissen wollen, fragen Sie ruhig. Granatenwerfer. Das ist alles zu teuer. Sturmgewehre. Nimm mal das. So. Dann haben wir das mal. Sieht nach einer Waffe aus. So. So. Jetzt ruft keiner mehr die Polizei. Okay. So. 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 So.